Moderatorin Charlotte würdig zeigt auf Facebook stolz ihren selbst getrimmten Body in der Urlaubssonne. Doch statt Lob hagelt es wegen ihres derzeitigen Figurwarns mächtig Kritik. Andere Mütter sind auch schlank und machen nicht so einen Aufrüst rum. Oder es gibt doch viel bessere Dinge, die dich ausmachen, als nur dünn zu sein. Bin echt enttäuscht, schreiben ihre Fans. Bonnie Strange zahlt ebenfalls ihre Beine, allerdings liegt sie nicht am Pool, sondern in der Badewanne in ihrem Luxushotelzimmer in Graz. Fernanda Brandao wollte mit dieser Tanzeinlage von den Landungsbrücken in Hamburg eigentlich nur ihre Fans grüßen. Das Feedback ist aber alles andere als schön. Schade, dass einige Leute nichts Besseres zu tun haben, als dope und beleidigende Kommentare zu schreiben, reagiert Fernanda darauf. Wirklich schade. Von wegen Stress mit dem Ex. Sängerin Kim Gloss präsentiert auf Facebook ihre Lieblingsjeans und verrät, wo man sie nachshoppen kann. Und zwar im Atelier 12 in Berlin, dem Laden ihres Ex-Freunds Rocco Stark. Und von Rocco gab's diese Mütze sogar noch geschenkt, schreibt Kim auf ihrer Wall. Wie schön und damit bis zum nächsten Update. Bis zum nächsten Mal.